Alter, ich habe es tausendmal gesagt, ja, die Wände werden hier jetzt nicht mehr beschmiert. Mann, 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 dass das klar ist wohl, ja? Plotzer! Hey, ich muss da durch! Platz! Weg, weg, alle weg! Ich muss hier durch! Weg, alle weg! Ey, was stehst du da so drin? Robben, willst du wohl Ärger machen, wa? Ja, den kannst du haben, ich gehe nämlich ab morgen in den Judo-Fahr rein, ey. Dann kriegst du Ärger, ey. Erstens, Prostitution ist hier verboten. Zweitens, Betteln auch. Danke.